Wir schmecken jetzt dieses Make-up gemeinsam ab. Ich befürchte, es wird sehr schmerzhaft. Let's go. Fangen wir an der Wange an. Au, 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 au. Das klebt so fest an meiner Haut. Ah. Ah. Okay, das ging, das ging noch, das ging noch. Ich heule. Ah. Ah. Ich mach mal hier oben weiter. Oh, das geht sogar. Oh. Ja, voll gut. Ich hab mega Angst vor dem Stück hier unten. Das klebt so fest. Ja, es ist geschafft. Jetzt nehm ich diese Abschminkcreme. Bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.